Es war die Sensation bei der Tischtennis-WM 89, Doppelweltmeister Steffen Fetzner und Jörg Roskopp. Super Rossi, dass du dabei bist. Es war ein Wahnsinnstag damals 89, oder? Es war für uns wirklich ein Wahnsinnstag. Mega Überraschung der WM-Titel 1989. Dann kann man sagen, da wurde Sportgeschichte geschrieben. Und darüber reden wir in der aktuellen Podcast-Folge mit Rossi, mit Speedy, Steffen Fetzner und anderen Protagonisten, die an diesem besonderen Tag damals im April 1989 dabei waren. Sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020